Ungarn steht auf wie einst 1956. Die Nation sagt erneut Nein zu fremder Bevormundung und den imperialistischen Druck der EU. Wird Ungarn erneut zur Marionette oder kämpft man für seine Freiheit? Orban deutet an, dass die EU eine Marionettenregierung installieren will und den Mann für diese Spitze schon ausgewählt hat. Viktor Orban hat eine klare Botschaft für die Europäische Union und sie wird die Geschichtsbücher prägen. Was steht für Ungarn wirklich auf dem Spiel? Ungarn, ein Land, das sich über Jahrzehnte hinweg bewährt hat, steht erneut an einem kritischen Punkt seiner Geschichte. Viktor Orban ließ in seiner Rede keinen Zweifel daran, dass das ungarische Volk fest entschlossen ist, sich weder von Brüssel noch von irgendeiner anderen fremden Macht unterdrücken zu lassen. Der ungarische Premierminister rief dabei in Erinnerung, wie die Helden des Volksaufstands von 1956 mutig gegen die sowjetische Unterdrückung aufstanden und zog eine direkte Parallele zur heutigen politischen Lage in Europa. Das Erbe von 1956 lebt in uns weiter, sagte Orban und betonte, dass die Geschichte heute wiederholt werden könnte. Damals wie heute ging es um Freiheit, Souveränität und die Entscheidung, sich gegen äußeren Druck zu wehren. Die ungarische Nation sei damals wie heute bereit, für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen. Orban rief seine Landsleute dazu auf, wachsam zu bleiben und die Lehren von 1956 nicht zu vergessen. Ohne Einheit gibt es keine Freiheit. Da hat Viktor Orban absolut recht und man sieht es ja in einigen Ländern, dass keine Einheit besteht. Orban sprach von den Herausforderungen, die Ungarn in den letzten Jahrzehnten gemeistert hat und wie es stets ungebrochen aus Krisen hervorging. Wir sind ein stolzes Volk, sagte er, und lassen uns von niemandem diktieren, wie wir zu leben haben. Er erinnerte an die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Errungenschaften seines Landes, die nicht durch äußeren Druck gefährdet werden dürften. Brüssel mag denken, dass es uns erpressen kann, aber Ungarn wird sich nicht beugen, betonte der Premierminister. Die Rede war geprägt von scharfer Kritik an der Europäischen Union, die Orban als das neue Imperium bezeichnete. Die EU hat den Westen in einen Krieg hineingezogen. Erklärte er und machte deutlich, dass Ungarn sich diesen Konflikt nicht anschließen werde. Er verurteilte die Eskalation des Krieges in der Ukraine und warf Brüssel vor, die Mitgliedstaaten in diesen aussichtslosen Konflikt hineinzuziehen, während die europäische Wirtschaft darunter leidet. Hunderttausende Menschen sind bereits an der Front gestorben und unsere Wirtschaft hat einen Lungenschuss erlitten, sagte er dramatisch und warnte vor den langfristigen Folgen. Besonders beunruhigend sei, dass Brüssel versuche, eine Marionettenregierung in Ungarn einzusetzen. Orban machte keinen Hehl daraus, dass er den Oppositionsführer Peter Madian als Handlanger der EU sieht, der bereit sei, sein eigenes Land zu verraten und Macht zu erlangen. In Brüssel hat man angekündigt, die ungarische Regierung loszuwerden und man hat auch angekündigt, eine Marionettenregierung aus Brüssel an die Spitze Ungarn zu setzen, sagte Orban deutlich. Diese Gefahr dürfe das ungarische Volk nicht unterschätzen, betonte der Premierminister. Wir wissen, dass sie uns in den Krieg zwingen wollen, dass sie uns Migranten aufdrängen wollen, dass sie unsere Kinder den Genderaktivisten überlassen wollen. Sie haben den Mann dafür erst ideal, um eine Marionettenregierung zu führen, fügte Orban hinzu. Diese deutlichen Worte ließen keinen Raum für Zweifel an Orbans Entschlossenheit, seine Nation vor solchen Plänen zu schützen. Orban ging weiter auf die aktuellen Probleme innerhalb der EU ein. Die Souveränität der Nationalstaaten zu Orban sei in den letzten Jahren schrittweise ausgehöhlt worden. Die Entscheidungen in Brüssel, die über die Köpfe der Menschen hinweg getroffen werden, hätten oft nichts mit den Interessen der Völker zu tun. Er sprach von einer zentralistischen Agenda, die darauf abziele, die Mitgliedstaaten ihrer Eigenständigkeit zu berauben. Was uns in den letzten Jahrzehnten als europäische Einheit verkauft wurde, hat sich in Wahrheit als eine Form neuer Unterdrückung entpuppt, sagte Orban und verwies auf die immer stärkere Kontrolle durch die EU-Institutionen. Das zentrale Ziel der EU, die Ukraine in die NATO zu holen und den Krieg auf russischem Boden weiterzuführen, sei für Ungarn nicht hinnehmbar. Orban warnte erneut vor den Konsequenzen eines eskalierenden Krieges, der nicht nur Europa, sondern die gesamte Welt in eine noch tiefere Krise stürzen könnte. Wir Ungarn könnten eines Tages aufwachen und feststellen, dass wieder slavische Soldaten aus dem Osten in Ungarn stationiert sind, warnte Orban eindringlich. Das wollen wir nicht, stellte der Premierminister klar. Angesichts dieser Entwicklungen stellt sich für Ungarn die Frage, beugt man sich dem Druck der EU und wird zu einer Marionette oder kämpft man für die nationale Freiheit? Die Lektion von 1956 ist klar, wir dürfen uns nicht den fremden Interessen beugen. Wir müssen für unsere eigene Freiheit und Unabhängigkeit kämpfen, sagte Orban entschlossen. Für ihn gibt es keinen Kompromiss, wenn es um die Souveränität seines Landes geht. Er rief das Volk dazu auf, weiterhin geschlossen hinter der Regierung zu stehen und sich nicht von den Versuchen der EU, Ungarn zu kontrollieren, einschüchtern zu lassen. Heute sind Einheit und Wille mit Stärke verbunden und heute gibt es die Möglichkeit, souverän zu handeln, sagte Orban. Orban hob hervor, dass Ungarn auch eine Vorbildrolle für andere Nationen in Europa einnehmen könnte. Während viele Länder in der EU dem Druck Brüssels nachgeben und ihre nationale Souveränität opfern, steht Ungarn standhaft. Wir werden nicht zulassen, dass Ungarn wieder zu einem Marionettenstaat, zu einem Vasalen Brüssels gemacht wird, sagte er entschlossen. Die ungarische Regierung, die sich auf eine starke nationale Einheit stützen kann, sei heute in der Lage, gegen die imperialistischen Pläne Brüssels zu bestehen. Ungarn werde weiterhin für seine Interessen einstehen und sich nicht den ideologischen Vorgaben der EU unterwerfen. Orban machte deutlich, dass Ungarn nicht Teil einer politischen Union sein will, die die Intentität und Souveränität der Nationalstaaten untergräbt. Er erinnerte daran, dass die ungarische Nation immer dann stark war, wenn sie sich vereint gegen äußere Bedrohungen gestellt hat. Wir haben es immer wieder geschafft, unsere Freiheit zu verteidigen. Und auch diesmal wird es uns gelingen, sagte er abschließend. Besonders betonte Orban den Versuch der EU, nicht nur politische Kontrolle, sondern auch kulturelle Dominanz über die Mitgliedstaaten auszuüben. Sie wollen nicht nur unsere Regierungen kontrollieren, sie wollen auch unser Denken beherrschen, sagte er. Die Förderung von Genderideologie und die Forderung nach offenen Grenzen sei ein Teil eines umfassenderen Plans, um die Intentität der Nationen zu verwässern. Wir werden unsere Kinder nicht den Genderaktivisten überlassen. Und wir werden unser Land nicht mit einer Flut von Migranten destabilisieren lassen, sagte Orban entschlossen. Er prangerte an, dass Brüssel die Kontrolle über die Bildungssysteme übernehmen wolle, um die nächste Generation in eine bestimmte ideologische Richtung zu lenken. Sie wollen, dass unsere Kinder glauben, dass es kein Geschlecht gibt, keine Nation, keine Grenzen, fügte er hinzu. Dies sei jedoch ein Angriff auf die Grundpfeiler der ungarischen Identität und Kultur. Und Orban versprach, dass seine Regierung dies nicht zulassen werde. Es ist beeindruckend zu sehen, wie Viktor Orban mit klaren Worten für die ungarische Freiheit und gegen den Druck aus Brüssel eintritt. In einer Zeit, in der viele Länder vor der Macht der EU einknicken, zeigt Ungarn der Welt, was es bedeutet für Souveränität und Freiheit zu kämpfen. Lasst uns dieses Beispiel im Gedächtnis behalten und uns fragen, stehen wir für unsere Werte ein oder lassen wir uns ebenfalls zu Marionetten degradieren. Wir müssen heute kämpfen, damit wir morgen noch frei sein können. Oder wie seid ihr das? Schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare rein. Wenn auch euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal und lasst mir ein Like da. Teilt das Video mit euren Freunden und Familie. Ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Patrick. Ciao, ciao.